Uwe Schummer war 19 Jahre unser Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen. Uwe war immer nah bei den Menschen. Uwe war standfest in seinen Überzeugungen. Und Uwe hat sich vor allem gekümmert. Um unseren Kreis Viersen und um die Menschen. Uwe war für uns da. Etwas Neues beginnt bei der Bundestagswahl am 26. September. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Jede Zeit braucht ihre Köpfe, ihre Charaktere, ihre Menschen. Und es ist wichtig, dass bei dem, was zu leisten ist im Deutschen Bundestag, in Berlin, dass da Menschen gewählt werden, denen wir vertrauen können, die sich engagieren, die ein klares Wertefundament im Christlichen haben. Und so einer ist Martin Plum, den ich sehr schätze. Ich bin froh, dass er diese Aufgabe übernimmt und weiß, dass er für die Menschen des Kreises Viersen im Deutschen Bundestag und für die richtigen Themen steht und sich kümmern wird. Vertrauen Sie Martin Plum.